Hi alle zusammen und weiter geht's mit dem zweiten Teil von Thimbleweed Park. Mal schauen wie wir jetzt abschneiden, mal schauen wie wir weiter kommen und was wir alles aufdecken können. I need to stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? I found this bottle. I'd like five cents back for cleaning up the environment. Well I'd like five cents from you for taking your bottle. Just kidding. Quickie Pal Humor. Here you go. Welcome to the Thimbleweed Nickel. Eight years of experience and two degrees in journalism tells me you're a Fed. Why can't I take your map? I'm a federal agent. Okay, that's actually two questions. First, being a federal agent doesn't mean you can waltz into a newspaper office and take their map. Uh, we have a little thing called the Fourth Amendment. And second, that's a priceless original. If you want a map, check the Quickie Pal. We're here investigating the murder. Know anything? Not much. Just what I heard over the police scanner. Body found in the river. I'll send my best reporter to check it out in the morning. Know who my best reporter is? Hmm. You? If this damn town wasn't such a podunk, I'd have a couple of Pulitzers by now. Do you offer home delivery? Why? You plan on moving here? Not a chance. We'll need a complete press blackout. Not with the First Amendment still in place. The core of a strong democracy is a strong press. Can I, as a private citizen, please have your map? Nope. It's a priceless original. Nice chatting. Got a murder to say. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man in town and something animal related. Man in town, animal related. Okay. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man in town and something animal related. Weil, wir haben das Teil hier schon gesehen. Hier oben. It's a police radio. Looks like it's on and ready to use. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Attention, all units. Achtung, alle Umstände! Bitte nicht mit dem Polizisten. Ich warte auf einen Telefon, über einen Mann in der Stadt und etwas, was animal-related ist. Achtung, alle Umstände! Let's see the man. In the east side of town. With animals. Eh, it's not much, but we're short a story on page 4. I'll be back soon. Don't you touch my map! So, wie ich die Lucas-Spiele kenne, wenn ich die Map nehme und versuche zu gehen, kriegst du direkt wieder abgenommen. Ah, Copydron. That makes no smith. This could come in handy. What a nice copy. And in color, too. It's a map of the county. This should help me find my way around. Sehr schön. Hängen wir sie wieder weg. Es spart peinliche Gespräche. Ich glaube, damit kommen wir aus dem Dorf raus. Sehr schön. So. Dann nehme ich doch jetzt die Agentur mit der Karte. Und gehe aus der Stadt. Der Sheriff kann mich jetzt nicht mehr aufhalten. Ich habe eine Karte. Sehr gut. Da habe ich nichts getan. Da habe ich nichts getan. Ich habe eine Karte offensichtlich hier. Oh, ich verstehe. Well, das sieht legiterino. Hmm. Odd. Ich dachte, ich... Well, ich glaube, die Verordnung ist die Verordnung. Ich glaube, ich hätte besser diese Karte auf die Quickie-Palle. Ich fühle mich, dass wir zu nahe sind, diesen Fall zu kratzen. Die einzige Sache, die du zu nahe sind, ist meine Patience mit dir. Wir arbeiten zusammen und ich kann mit meinem... Ich meine... Wir können uns aus dieser Stadt so schnell wie möglich rauskommen. Agreed. Wir müssen den Wechsel um den Körper. Wir nehmen den Körper mit einer Fotografie von Körper und die Fotografie von der Verordnung. Wie eine Ligerer-Licente oder Pass Report? Oder eine Berger-Shack-Loyalty-Karte, von überall hinweg? Ha, ha, ha. Wir müssen eine Fingerprint-Match. Wir nehmen den Finger-Tron mit einem Fingerprint von der Unterteilem und anнозiebetriffen. We need to talk to that crazy clown at the circus. He's got serial killer written all over him. Wouldn't it be quicker to just shoot him? We need to have a chat with the geeky programmer at the old mansion. There is something odd about her. Yeah, a woman with a brain. Definitely suspicious. We need to have a chat with him. Of course, we're going to have a chat with him. Get an alive character into the hotel penthouse. Okay. Ein lebendiger Charakter muss ganz oben rein. Verstehe ich nicht. Visit every floor and hotel. Okay. 100 voicemail messages. Hm. Na ja. Okay. Done. Let's get cracking. Let's get cracking. Let's get cracking. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? Bam. Schon hab ich ne Map. Oh cool. Quick travel. Geil. Bus station. A street. B street. Main street. Okay. Moment. Es hat ein bisschen was von Monkey Island. Gehen wir erstmal zur Vista zurück. Ach schade. So. Die Tür dreht aber schnell. Es ist eine revolving Tür. Das ist bislang das einzige was mich ein bisschen ärgert so diese speck of dust. Also dass man richtig genau gucken muss. Was sammle ich jetzt auf. Was lass ich liegen. Und ich glaub so geil die Musik auch ist. So richtig geil die ist. Ein bisschen leiser. Muss ich die doch machen. Außerdem speichert das Spiel irgendwie nicht. Dass ich Controller immer ausgeschaltet hab. Das ist sehr merkwürdig. Alles andere Behälter. So. Was machst du hier? Well. Chuck's brother Franklin went missing a few weeks ago. Is he the body by the bridge? Nope. But this reporter's nose says there's something odd about the whole thing. I'm working up a story. But the only lead I have is someone seeing him here briefly a few weeks ago. He was seen around the lobby area. Then he just vanished. Big day today. I'm meeting some promising investors. I know they'll believe in my plan to turn the dying pillow factory into a highly profitable stuffed toy factory. It can't fail. Just gotta check into a room without Chuck knowing about it. He has eyes and ears everywhere. I'll need a disguise. Also need to copy this prospectus so I can give it to the investors and keep my copy. Chuck wouldn't know a good idea if it hit him. Stuffed toys of the future. What luck finding some investors. Better get ready for them. So. Verkleiden. Ins Hotel einchecken. Und Prospectus duplicaten. Was auch immer das genau jetzt heißt. It's my precious dazzling four page prospectus about turning the pillow through. Ich habe nur den Original. Ich brauche eine Kopie für die Investoren. Es ist ein Pillow-Bear Prototyp. Turnen die Blush-Bear ins und du kriegst eine Plush-Pillow. Don't tell Chuck, aber pink ist mein Lieblings-Pillow. Ich liebe Blue. Ich hoffe, dass ich nicht die Blühe in die Gesichter kommen. Diese Pillow-Bear Prototypen werden die nächsten Cabbage Patch Kids sein. Kids will die Orange-Pillow-Bear. Die Pillow-Bear Prototypen werden die nächsten Cabbage Patch Kids sein. Kids will love the Orange-Pillow-Bear. Die Pillow-Bear Prototypen werden die Classic-Pillow-Bear-Color. Die Pillow-Bear Prototypen... Chuck will be green with envy when he sees how great this Pillow-Bear is. Die Pillow-Bear Prototypen werden die nächsten... Die Pillow-Bear Prototypen werden die Die Pillow-Bear Prototypen werden die langweilig. Die Schnell�-Bear Prototypen werden nicht nur ein Ettlich. Ich habe keine Ahnung, was sie machen. Es sieht besser aus dieser Seite. Oh, da kommt die Musik. Es ist noch im Dezember 1986. Ich glaube, sie können eine neue neue Zeit für 1987. Oh, laut. Oh, das ist noch im Dezember. Eine bell für den Sheriff, ich meine, Hotel Manager. Why, hello, Mr. Edmund. Wir sind nicht erwartet, was ich für dich, Abou, Herr? Abou. Ich möchte eine private Hotel. Was für ein Hotel, Herr Edmund? Für, um, nichts von deinem Geschäft. Ich weiß nicht, warum du ein Haus möchtest, wenn Chuckaboo immer hat, viel Platz für dich in deinem Haus. Oh, ja, ich glaube so. Wie kann ich auch sein, Abou, Herr Edmund? Hast du hier Fotocopien? Aber natürlich, wir machen, Abou. Abou, Abou, Abou. Das ist zu sagen, wir normalerweise machen, aber wir sind aus Papier, Abou. Obwohl ich mehr Papier bekomme, ich werde dir nicht helfen, kann ich dir helfen. Ich möchte ein privates Hotel. Würde ich mich telefonieren? Würde ich mich telefonieren, um zu sehen, welchen Raum kannst du in? Nein. Ich meine, das wird nicht notwendig sein. Wie sonst kann ich mich telefonieren? Ich möchte ein privates Hotel. Würde ich mich telefonieren? Ich meine, wie sonst... dachte, es gibt noch mehr Ausreden. Ich werde jetzt gehen. Du hast mich nicht gesehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Abou. Ich kann nicht mit ihm so sprechen. Ich muss auf die Geschenke, um zu schocken zu schocken. Ich bin nicht faszinierend. Ich fühle mich nicht, wie zum nächsten Mal. Ich fühle mich auf die Hotel. Ich fühle mich auf die Haute. Das ist aber auch ein wenig zu schocken. Ich glaube, es stelle mich auf die Haute. Hallo? Ich kann mich nicht höre. Hallo? Hallo? Ich kann mich nicht hören. Ich kann mich nicht hören. Hallo? Hallo? Ich kann mich nicht hören. Hallo? 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 It's a door to the Hotel Room Hall and an event space area. It's locked. Oh, okay. Gehen wir nochmal die Stockwerke durch. Oh, das sieht genauso verranzt aus. Ah, ich bin zu ungeduldig, ich weiß. Die Elevator ist noch nicht. Nein. Wir haben es gleich, Leute. Nur noch ein paar Minuten. Na, Minuten sind es nicht, aber... Es ist ein Bild von einem perfekt clean Standard Room. Es ist ein Bild von einem perfekt clean Deluxe Room. Es ist ein Bild von einem perfekt clean Deluxe Room. Okay, das klappt nicht. Aber die Tür sind kaputt. Äh, ich guck mal gleich nochmal richtig alles durch. Aber erstmal hier schön äh... Grob von oben nach unten durchheizen. Äh, von unten nach oben natürlich. Achievement Hotel Tourist. Ich lande im fünften Stock. Hat das was zu bedeuten? Okay. Okay, die Räume sind alle verschlossen. Hier ist auch alles verschlossen. Hier ist auch alles verschlossen. Ich fang mal von vorne nochmal an. In der Lobby mit dem Jungen muss ich doch noch irgendwas machen können. Oh. In der Lobby geht noch irgendetwas. Oh. Hey Dude! Was ist Dein Damage? Yo Dude! Warum hat er einen künstlichen Schnauzer und eine Tarnbrille wie Zeck McCracken Agenten? Ja. Jason the News Guy. The latest and greatest Reeboks. I just got them. Aren't they rad? What's with all the latest and greatest? I'm not grody like you. Everyone knows that unless you got the latest and greatest, you might as well barf. I'm not risking my reputation by touching anything that's not like the latest and greatest. What if I said you didn't have the latest and greatest stuff? Like barf me out. All my stuff is totally the latest and the greatest. So am I. Your jacket is not the latest and greatest. Yeah right. I'm so sure. Your glasses are not the latest and greatest. These glasses have got to be the latest and greatest. Aren't they? Did something newer come out? Nah, you're wigging. I can't dress a dweeb like you. Your shoes are not the latest and greatest. What's your damage? Of course! They're totally awesome! I would totally know what was the latest and greatest. Oh yeah? I bet you don't know anything about what's the greatest right now in 1987. Prove you're not just an old dweeb from the fifties. Sure, I can prove it. I'm totally bodacious because I can talk like you and... Dialogrätsel? I've got a fly homie who... Get real! I'm like totally stopping you right there. No one who's tight would talk like that. No way do you know what's rad right now, poser! I would totally know what was the latest and greatest. Oh yeah? I bet you don't know anything about... Prove you're not just... Sure, I can prove it. Okay, trash talk aus den 80ern. In English. I've got a groovy friend who... Get real! I'm like totally stopping you right there. No one who's tight would talk like that. No way do you know what's rad right now, poser! I would talk for sure. Zumindest kann man's a bit a bit over sprengen. I know this! Hey, hey! Gab's 87 schon MTV? Huh... ...publishes a zine and... Get real! I'm like totally stopping you right there! No one no way do you know what's rad right now, poser! ich würde füchern. Ich weiß, was auf. Oh, MTV. Okay, Hashtag glaube ich nicht. The Beast Knees. Er sagt mir was wick ist und was wird mir mit einer Spoon. Nein. Nein. Das schreckt ein hässliches Neu. Ja. Das schreckt ein hässliches Neu. Das ist eine Wettbewerbe. Es ist rechtlich. Großartig. Ich will dich ein Favor und mich für dich verhören. Du machst das für mich? Oh, sick! Oh, was willst du tradieren? Ich trage dir die Beherr für deine Gläser. Kein Faking. Gag me. Deine Gläser machen dich total wie ein Dweeb. Nein, nein! Geh die Gläser, dann. Quick, bevor jemand erinnert, habe ich sie. First, here's my used gum for your collection. Uh, I don't have a gum collection. Ugh, never mind that. Now give me that bear so I rock it out. Sure, Dweeb-Dude. Er, Gnarlicious. Er, I can't keep this up. Let's get this over with. Here it is. Sweet! You're ace! Later, dude! It's gross pre-chewed gum. If I'm not careful, it will stick everything in my inventory together. A disguise to make my forgettable face even more invisible. It only plays that one song and I've already heard enough of that. Nobody can recognize me now with this foolproof disguise. I don't think so. Welcome to the Edmond Hotel. The most beautiful hotel Abu in the Tri-Thimbleweed Park County area. How may I be Abu of service? I'd like to check in. Okay, sir. What's your name, Abu, for the booking? Haha. George Michael. Of course, Mr. Michael. We have a lovely sweet Abu for you on the 11th floor. Your suite has been fitted with the new state-of-the-art Abu Hotel Tron 3000. It's such new technology, Abu, that we're still fitting out the rooms on the 10th floor. How else may I be Abu of service? Is there any surveillance in the hotel? No, certainly not, Mr. Michael. Oh, we have our state-of-the-art Abu Hotel Tron 3000 system, which creates a VHS video of your entire stay with us. Sounds like surveillance to me. How much, you ask? For just $19.99, you get a unique record of your trip highlights to share with friends Abu back home. It's such a new system that we're still installing it on the 10th Abu floor. Since you won't want to miss a second of your amazing Abu stay here, we recommend that guests do not visit the 10th floor. I'm going to look at my, I mean, your beautiful lobby. Goodbye, have a nice evening, Abu. Very nice. Let's see what we're at. We're just a little bit further. It's the keycard for my room. 11.05, okay, das heißt 11. Stock. 11.05, dann ist das hier mein Zimmer. Wo? 12.05, dann kann ich den The lid of a toilet. Things don't get more amazing than that. The lid of a toilet. Things don't get more amazing than... Yes, it's toilet paper, also known as toilet tissue. I don't want that. Looks fine to me. Who's the fairest of them all? Okay. I'm not ready yet. I've still got to stop that camera from watching my room and get a copy of my prospectus to give away so I can keep the original. It's some blank hotel stationery. It's a mostly blank piece of paper with the hotel's letterhead. I'd better hold on to this until later. I'd better hold on to this until later. Hmm, that's not right. It's gone blank. There seems to be a little problem, Abu, with your hotel-tron. There we go, sir, Abu. Huh, some blank paper got stuck here accidentally, Abu. I'll dispose, Abu, of this for you. No need to say thank you. We're here to help, Abu. It's turned off. It's turned off. This channel is just static. I should find another channel. It's now showing I Love My Cat. It's tuned to I Love My Cat, a series devoted to the untold stories of crazy cat ladies. It's now showing banana, banana, bananas. It's now showing skiing for cash. It's now showing the rich and the soapy. It's now showing hospital hijinks. I turned it off. Yeah, better is this. The hotel-tron 3000 seems to think this bed is made. The hotel-tron 3000 seems to look like the other painting. Another landscape? I'd rather look out the window. I don't want to pick that up. In case of emergency, do not sue Chuck Edmund. I don't want to pick that up. Are you happy now? I've done everything you asked. Spooky. So, ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass ich nicht ins 10. OG soll. Ach, ja. Ich brauche Papier. Hier gibt's Papier. Yay! Yay! So, 5 Blatt sollten reichen. Machen wir die Kopie, dann haben wir das schon mal erledigt. Welcome back to the Edmund Hotel, Mr. Michael. How may I be Abu of Service? Do you have photocopying here? But of course we do, Abu. Abu, Abu, Abu. That is to say, we normally do, but we've run out of paper, Abu. Unless I get more paper, Abu, I won't be able to help you out. Could you use this as photocopying paper? That should be all the paper, Abu, I need. What would you like to photocopy? This prospectus document. Sure thing, Abu. That's all I need. I'll be back in a jiffy, Abu. One task done. Now I should go to my room and prepare. Sieht auch aus wie mein Zimmer. Ah, okay. Das war die Kamera, dann fällt's nicht auf. Also, ein elftes OG. Okay. 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 Was war das? Ich glaube, es war nichts. Es sieht aus, dass die Tron-Machines perfekt funktioniert. Keine Reaktion. Perfect. Jetzt Chuck wird keine Ahnung, was ich in meinem Gespräch machen werde. Ich bin endlich bereit für das Gespräch. Better geben die Investoren eine Calle, um sie zu wissen, dass sie kommen können. Ja, dann Abfahrt. What? Wie wusste ich, dass ich hier war? What? Franklin wurde nie wieder gesehen. Aber die kennen sich auf jeden Fall. Ich habe den Sheriff für mehr Informationen gefragt. Aber es gab nichts. Kein Körper, kein Franklin. Einige der mehr superstitiellen Typen sagen, dass er dieses Hotel haunt. Aber diejenigen, die uns auf Fakt-Findungen betrachten, wissen, dass sie ein Poppeycock sind. Das ist eine interessante Geschichte. Okay. Also, Franklin ist tot, wie auch? No, niemand weiß für sicher, ob er tot ist. Es ist ein tolles Moment, um ein Journalist in Thimbleweed Park zu sein. Eine missing, eine Mystery Body, und Chuck hat ein Herz-Attach. Did you find out the identity of the body in the river yet? We're still working on it. Have there been any obstruction arenos to your investigation? What do you think? Enough said. Obstruction areno. But you didn't answer my original question. Why are you here? I see I can't fool you. If you ever want to switch professions, we need reporters like you. That still doesn't answer my question about why you're here. Okay, okay. I was following up on a report that Franklin checked in here under a pseudonym. Finally. A pseudonym? What was it? All I could find out is that a man with a large nose was seen around the same time as Franklin. And? That man checked in under the name George Michael. So it may not have been Chuck's brother. What room did the man with a large nose check into? It was a room on the 11th floor. I couldn't find out anything more without a shiny official badge, like you have. Why is it so hard to get information from you? Let's call it a job interview. As I've said, I need good reporters, so I don't have to run all over the county. I don't have time to be a newspaper reporter. Fair enough. But you know where to find me. What's new in the news? Eh, just a bunch of reports about paranormal activity here at the hotel. I don't give them much credence. What's new? Eh, just a bunch of... I don't give them much... Why is it... Let's call it... As I've said... I don't... Fair enough. Thanks for all the... If you find out anything publishable, stop by the nickel, they'll let me know. Okay, Repaterin abgehakt. There are some coins at the bottom. What a waste of money. Schauen wir nochmal ins Questlog, und dann gibt's einen ganz kurzen Break. Nix Neues. Nix Neues. Nix Neues. Nix Neues. Jetzt hier was Neues. Jetzt hier was Neues. There are some coins at the bottom. What a waste of money. Hmm, it looks better from this side. And then I go back to the main menu and then you can enjoy the really beautiful title melody. Oh shit, quit is quit.